Herr Ringgut, Sie sagen, die Politik würde erst jugendfreundlicher, wenn Jugendliche auch gewählt werden können, also wenn das passive Wahlrecht auch gesenkt würde. Herr Müller, ich weiß es noch ganz genau und eigentlich gibt es im Bundestag dafür Ordnungsrufe, für solche Zwischenrufe. Also, wenn Sie sagen, die Politik würde erst jugendfreundlich, wenn Jugendliche auch gewählt werden können, also wenn das passive Wahlrecht auch gesenkt werden würde, dann möchte ich Ihnen darauf antworten, nein, das glaube ich nicht. Sobald nämlich Jugendliche wählen können, werden sie von den Parteien mehr als Wähler wahrgenommen und daher werden ihre Themen auch verstärkt bedient, um diese Wählergruppe zu bewerben. Ich verspreche Ihnen, diesen Automatismus wird Ihre Partei am schnellsten begreifen. Und Herr Müller, Sie malten gerade, wie gesagt, das grüne Schreckgespenst des Wahlalters ab null Lebensjahren an. Dazu gibt es bei den Grünen keinen Beschluss. Es gibt bei den Grünen keinen Beschluss und da haben Sie völlig recht, es wird hier nicht debattiert, also bleiben wir beim Wahlrecht mit 16. Herr Müller, Sie sagten eben gerade auch, es ist sehr schwer vermittelbar, wenn Jugendliche ein Parlament wählen dürfen, aber sich nicht selbst aufstellen lassen können. Das finde ich interessant. Herr Müller, wie schwierig wird es aber erst vermittelbar sein, wenn in Schleswig-Holstein mit 16 und in Mecklenburg-Vorpommern erst mit 18 gewählt werden darf? Ich halte das für sehr viel schwerer vermittelbar in der praktischen politischen Wirklichkeit. Und Sie sagen, Herr Müller, wir können natürlich mit Diskrepanzen leben, das sagen Sie und meinen die Diskrepanz zwischen Kommunal- und Landtagswahl. Ich sehe das auch so. Wir können tatsächlich mit Diskrepanzen leben, auch mit einem auseinanderfallenden aktiven und passiven Wahlrecht. Schließlich hat Deutschland Jahrzehnte damit gut leben können. Und, Herr Kaffee, ich finde es für einen Politiker eher beschämend, wenn er von vornherein die Änderung seiner Meinung kategorisch ausschließt. Ich halte das fast schon für, naja, schwierig und glaube daher, dass ich Sie einfach falsch verstanden habe. Ich glaube, ich habe Sie einfach falsch verstanden. Und richtig, Herr Ringgut, der Sozialkundeunterricht muss vorgezogen werden. Das müssen wir aber sowieso, denn die 16-Jährigen wählen ja bereits mit 16 auf Kommunalebene. Das heißt, das ist dringend notwendig. Ja, dann muss das in den Lehrplänen halt entsprechend verankert werden. Und das ist auch, das sagt ja auch die Studie aus Hohenheim, die sagt, wir können erst das Wahlrecht senken, wenn wir den politischen, politikwissenschaftlichen, politikkundlichen Unterricht nach vorne ziehen. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Ich glaube aber, da sind wir alle einig, beziehungsweise da sind wir alle fähig, das auch bis 2016 hinzubekommen. Also ich denke, da haben wir genügend Zeit, noch die entsprechenden Lehrpläne anzupassen. Ja, da haben Sie völlig recht. Aber ich glaube, der Zeitraum bis 2016 reicht aus, dass wir dafür Lösungen finden. Und es wurden eben gerade mehrere Studien bemüht. Es gibt natürlich auch Studien aus Potsdam vom Stadtjugendring, die da zu einer differenzierteren Feststellung kommen. Nämlich, da wurden 1500 Jugendliche mit Fragen befragt. Und da wurde eben festgestellt, dass es eine sehr hohe Zustimmung zum neuen Wahlalter ab 16 gibt. Aber ich glaube, das darf nicht der Maßstab sein, meine Damen und Herren. Weil, wie schauen wir uns das Frauenwahlrecht an? Auch da gab es große Anteile von Frauen, die selbst gesagt haben, sie wollen gar nicht wählen in den vergangenen Jahrhunderten. Und heute können wir uns das Frauenwahlrecht doch überhaupt nicht mehr wegdenken. Also, ich glaube, nur weil Teile der Zielgruppe das momentan nicht als Bedürfnis erkennen, heißt es nicht, dass es das falsche Bedürfnis ist. Also, meine Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig darauf, mit Ihnen diese ganzen Argumente weiter debattieren zu können. Ich fand es bloß ein bisschen schade, das muss ich auch nochmal feststellen, Herr Renz, wenn Sie auf die Frage von Frau Bernhardt, und ich fand die Frage sehr berechtigt. Warum die CDU Jugendliche ab 16 in ihre Partei aufnimmt, sich aber vehement gegen möglicherweise das Wahlrecht von 16 einsetzt, warum Sie das tun. Und dass Sie da als Zwischenruf recht antworten, dass Sie sich das auch fragen. Das war Ihr Zwischenruf. Und da wundere ich mich nicht, warum die CDU ein Nachwuchsproblem hat. Also vielleicht nehmen Sie es auch zur Kenntnis. Vielen Dank, ich freue mich und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, das verspricht eine interessante Debatte zu werden. Und jetzt hat der Abgeordnete Ritter von der Fraktion Die Linke das Wort.